Zeiss Blue Guard Brillengläser. Mehr Schutz, weniger Reflexe. Du bist blauem Licht ausgesetzt. Jetzt und jedes Mal, wenn du auf Bildschirme schaust oder anderen künstlichen Lichtquellen ausgesetzt bist. Es ist Zeit, deine Augen zu schützen mit der neuesten Technologie für Blaulichtschutz. Zeiss Blue Guard Brillengläser blockieren bis zu 40% des potenziell schädlichen blauen Lichts und lassen den nützlichen Anteil weiterhin durch. Außerdem bieten sie vollständigen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung. Die neueste organisch-chemische Technologie ist im Brillenglasmaterial integriert. Zeiss Blue Guard Brillengläser wurden entwickelt, um digitalem Sehstress vorzubeugen und mehr Seekomfort zu bieten. Sie reflektieren bis zu 50% weniger digitales blaues Licht im Vergleich zu blaulichtreduzierenden Beschichtungen von Zeiss. Die Premium-Veredelung Zeiss DuraVision Platinum besteht aus mehreren Schichten, die einfache Reinigung, hervorragende Härte und exzellente Antireflex-Eigenschaften vereint. Schont deine Augen. Mehr Schutz, weniger Reflexe. Zeiss Blue Guard Brillengläser. Schöneider. 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 Schöneider.